Vincent Kompany's Start als neuer Trainer des FC Bayern München war zwar erfolgreich, doch alte Probleme bleiben bestehen. Trotz eines 3 zu 2 Siegs gegen den VfL Wolfsburg offenbarte die Defensive erneut Schwächen, die die hohen Ambitionen des Vereins gefährden könnten. Besonders die Innenverteidiger Min Jae Kim und Dayo Upamecano standen im Zentrum der Kritik. Kim verlor den Zweikampf gegen Patrick Wimmer, was zum Führungstreffer von Lovro Mayer führte. Auch Upamecano agierte unglücklich, als er versuchte, das Tor auf der Linie zu verhindern, anstatt bei seinem Gegenspieler zu bleiben. Insgesamt kassierte Bayern unter Kompany in acht Spielen bereits sieben Gegentore, was die Unsicherheiten in der Abwehr deutlich macht. Min Jae Kim, als bester Verteidiger, der Serie A nach München gewechselt, konnte bisher die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Die Investition von 50 Millionen Euro erscheint bisher nicht gerechtfertigt. Und auch Sascha Böhi, der einen Elfmeter verursachte, zeigte defensive Schwächen. Diese Probleme werfen Fragen zur Transferpolitik des Vereins auf. Der Abgang von Matthijs Delikt zu Manchester United hinterließ eine Lücke, die bislang nicht adäquat geschlossen wurde. Kompany musste sich sogar zu Spekulationen äußern, dass er Delikt als seinen Nummer-eins-Verteidiger bezeichnet habe, was er jedoch dementierte. Die Abwehrprobleme bleiben dennoch bestehen. Und es stellt sich die Frage, ob noch ein neuer Innenverteidiger verpflichtet wird. Und es stellt sich die Frage, ob noch ein neuer Innenverteidiger bezeichnet wird.